So, weiter geht's bei FIFA 12 in Carriereodus mit dem FC Bayern München und wir haben unser Einspiel gegen den FC Schalke 04. Nach langer Zeit geht es mal wieder los mit FIFA 12 und Schnee. Ich habe euch meine Meinung zu Schnee gesagt, ich mag ihn nicht. Ich liebe Schnee im Real Life, aber ich hasse ihn bei FIFA. Ich kann dir da einfach nicht leiden, weil der ist so glitschig und es ruffelt mehr. Boah. Achso, ja, klar. Naja, egal. Also, wir starten jetzt gegen Schalke 04. Boah. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau in der Tabelle stehen. Platz 1 könnte sein. Oh, 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 oh. Das ist 1, 0. Das ist 1, 0. Tja, Dankeschön. Ich sag einfach nur Dankeschön. Ist zwar zu einfach. In der 13. Minute schon, dass 1, 0 durch Mario Gomez immer wieder trifft. Das ist ja auch schon lange her, dass er immer wieder getroffen hat. Und jetzt. Und jetzt. Oh, nein. Oh, nein. Schad. Das wäre schön gewesen. So, ne Pass-Kombo. Ja, na, na, Quilze, willst du vorbei, willst du vorbei, kommst du nicht vorbei, wa? Tja. Oh. So. Ja, ich muss ein Lob aussprechen an euch. An euch tolle Menschen, die ihr mein FIFA Let's Play guckt. Wow. Ähm. Drei Leute diese Woche wieder dazu bekommen. Nur wegen meinem FIFA. Einfach nur Wahnsinn. Äh, ja, wirklich, Wahnsinn. Drei Leute wieder die Woche hier. Das ist einfach Wahnsinn. Keine Ahnung, warum ihr mich möchtet. Äh, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, dass ich gewinne, dass ich verliert, dass ihr mitfiebert. Oder, keine Ahnung, weil ich Bayern genommen hab. Ich hab da ehrlich gesagt keine Ahnung, ich weiß so, dass Schalke jetzt vollbegangen hat und ich den Freistoß krieg. Und noch zwei Abos, Leute, und dann ist mein 50-Abo-Special parat. Ein 50-Abo-Special. Oh, yeah. Oh, Mann. Oh, boy. Oh, oh. Schöner Fehler, schöner Fehler. Haha, schade. Genau. Hast du den Fehler schon ausnutzen können? Oh, Eckball. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Und da kommt der, da kommt der, da kommt der, da kommt der. Sehr schön. Und der unfassbare Fährmann hält ihn. Oh, schade. Nur mal abgelegt, nur mal abgelegt, nein, auf dem Schalke-Spieler. Schade. Schade, war eine super Parade, muss man ja mal sagen. Einfach mal so, zack, galten den Eckball. Bzw. den Kopfball beim Eckball. Also, es war schon gut. Es stehen ja auch gar nicht mehr so viele Spiele offen. Wenn ich jetzt mal überlegen, nach Schalke kommt Leracusen, glaube ich. Dann kommt, äh, 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 wie es künkt denn nochmal? Der DFB-Pokal kommt auf jeden Fall nochmal hier in der nächste Zeit. Ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale, wo stehen wir? Ich weiß nur, dass die letzte Runde gegen Schalke war. Was genau war? Oh, 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 Ball versprungen, zu weit vorgelegt. Dann hat es nicht funktioniert. So, jetzt, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Aber nein. Was? Ohne Wort. Ohne Mut. Einfach nur ohne Wort. Wie kann man denn den Einwurf verköpfen? Ach, Mann. Ja, jetzt lauf, lauf, du flinker Robben. Flinker Robben. Mit dem flinken Schuss. Und der geht rüber. Kann ich da in der Zeit mal kurz was trinken? Ach, kann ich? Und jetzt kann ich mir noch den Ball schnappen, vielleicht, wenn er einpasst? Nein, schade. Du spielst ihn weit und nah. Oh, perfekten Ball. Schusstechnik. Und Götze. Götze, Götze. Mit dem ich eigentlich gerade schießen wollte. Oh, oh, verdammt. Tja. Der gute Robben, der gute Robben. Ja, ja, ja. Und jetzt. Oh, wie hat der Däne noch gehalten? Mit einer Fußspitze oder was? Meine Fresse. Meine Fresse. Wie hat der Däne noch mal? Respekt. Also der Fährmann ist kein schlechter. Und der Neue auch nicht. Hat uns auch schon so vor Einigungen bewahrt. Und da ist die Hauptzeit und es geht 1 zu 0. Und da haben wir es seit der vierten Minute. Ja, anderen Ergebnissen interessiert noch keine Sau. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Äh, so. Das war der Hälfte. Vielleicht wieder so ein Glitztor. Oh, wenn der doch mal laufen würde und der läuft. Aber ich ist ja noch ein anderer. Aber ich ist ja noch der Fährmann. Nein, genau da sollte der nicht hin. Äh, er sollte zu Robben. Boah, Mann. Ich lasse ich nie so sehr, weil, ja, es ist einfach immer so irritierend. Dieser PIP-Untergrund halt. Oh, nö. Oh, nö. Schlicht. 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 Oh, ja. Neu weg. Oh, schön. Ja, das war heikel. Oh, schön. Danke, danke, danke schön. Mit besten Wünschen kommt der Ball zu Ribéry. Oh. Ja, eh. Oh, der ist schon. Ach, Mann. Boah, der war knapp. Oder auch nicht. Kann's aus der Fahne nicht so gut erkennen. Götze, Götze, Götze. Schön, schön, schön. Schön. Troppo! Traumtor. Traumtor. Hammerklasse. Ursula sondern 64. 2 zu 0. Ein wunderschöner Lupfer. tes colonik mit lecker Zuckerbe ceux obendrüber. 2-0 durch Robben. Das muss man genießen, diese Momente. Wann hat man das schon mal? Ein wunderschönes Zurspiel von Götze und ein wunderschöner Look davon halten. Einfach nur zu raumhaft. Uh. 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 Ah. Schön. Jetzt ein weiter Abwurf. Uh. Kommt sogar an. Oh. Oh. Schild der Pass. Schwierig der Pass. Ups. Also. So. Ups. Oh. Kommt er doch an. Schade. Schade. Ah. 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 Nein. 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 Danke. Dankeschön. Mit besten Wünschen zurück. Zu Ferman leider. Ach ja. Ist das nicht ein schöner Abend zum Jahr? Zum Glück habe ich mein Fenster nicht auf. Und ich glaube, wenn es gut läuft, nehme ich noch das nächste Spiel auf. Dann gibt es halt wieder zwei Parts. Und dann versuche ich nächste Woche mal mehr aufzunehmen. Vielleicht sogar mal mit einem kleinen Gastkommentator. Das werden wir dann sehen. Na ja. Mein Teufelskerl. Ich muss mir noch überlegen. Ja. Ich sag's dir fast jeden Part. Was soll man denn bei FIFA anders sagen als irgendwie? Das ist irgendwie wie bei Need for Speed so ein bisschen. Außer wenn mal irgendwie Tore oder Chancen sind. Ähm. Ja. Bei Need for Speed könnte ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen was machen. Ich habe ja noch das Projekt Offenmost Wanted. So. Sehr schön. Nein. Äh. Mann. Äh. Die Schalter sind nun mal nicht schlecht. Äh. Ja. Für Weihnachten. Oh. Was mache ich denn nur für Weihnachten? Ich brauche doch ein Weihnachtsprojekt. Irgend ein Weihnachtsspiel. Einfach für Schalke? Oh. Neckab. Ähm. Weihnachtsspiel. Wie können wir denn an Weihnachten zum Spiel spielen? Ich habe mir gedacht. Was? Faul. Reklamation. Warte. Ich wechsle auch mal aus. Wie viel Zeit habe ich? Ja. Reicht ja noch locker. Ähm. Die. 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 Hat ja genau hingehauen. Die. Die jetzt schön raus damit. Sehr schön. Müller. Oh. Nee. Oh. Kommt der noch mit seinem Meinen da dran. Nein. Äh. Nein. 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 Oh nein. Nein. Schade. Schade. Ach. Mann. Oh. Oh. sehr schön und dann so ein Pass und dann so ein Pass und dann so ein Pass und dann wird's nicht bestraft eigentlich und jetzt wieder so ein Pass, ach man was ist denn eben grad los hier nein, nein weg und da ist es aus 2-0 souverän souverän yo sehr schön sehr schön, jetzt interessiert mich nur wie stehen wir denn jetzt aktuell in se Tabelle oh, gegen wen spielen wir? gegen Leverkusen äh Spieler ähm ich finde Götze als neu ankamen sollten wir loben so gucken wir mal kurz auf die Tabelle, haben wir noch genug zu ordnen, jede Menge Zeit ja, hätt's gedacht Platz 1 mit 59 Punkten mit 18 Siegen, 5 Unentschieden und keiner Niederlage 41 Tore einfach nur warten, einfach nur warten 8 Punkte vor Bremen, naja dann war's das erstmal für diesen Part für den nächsten paar Gitzern von Leverkusen also Tschüss k Schleif k